Was ist hier? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Heute ist uns zwei Schämpfe geknickt. Einmal drin und einmal verringert. Hey, Jonas. Jonas. Der hat eine Gucci Tasche sich geholt. Für... 200 Euro, ne? War das. Ja, das ist original. Sieht super aus, deine Tasche. Erzähl uns mal was. Wofür möchtest du die benutzen? Ich habe für 7 Euro eine Gucci Tasche bezahlt. Boah, das darfst du doch nicht sagen. Mit der habe ich nicht vor, Gras verkauft zu gehen, wofür damit das klar ist. Sieht zwar ein bisschen danach aus, meistens mit Fußballtrick und so, aber das ist nicht so meine Absicht. Jeremy? Ich habe mir ein Baguette geholt. Damit ich endlich auch mal was zu essen habe. Er verhungert die ganze Zeit. Markus? Ich bin ja hauptamtlich hier angestellt im Weigelhaus, ne? Ich muss jetzt hier Kaffee trinken, in der Sonne liegen, den Atlantischen Ozean angucken. Ja, perfekt. Uns geht's gut. Absolut. Und wie geht's euch zu Hause? Ich hatte die Geräusche. Wenn die Geräusche auf dem Luftgefluss Fall war. Ich habe das für die Geräusche. Ich habe das für mich gehalten.